Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der Hinterhalt anzunehmen bei Unteroffizier Gors im Heuländer Fjord an dieser Position. Die 4 Quests waren Salter Toten in Quailheim und Quailheim muss brennen. Ich nehme die Quest auf während des Vatches 9.2.5. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in Viotrk Classic. Mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. In diese Richtung. Dann hier vorbeilaufen. Und da bin ich. Die Quest ist abzugeben bei Lidl im Heulenden Fjord an dieser Position. Ich hoffe dieses kurze Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierknopf ein. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr mich auf Twitch besucht. Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Das wäre toll. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Ciao.